Ja, hi! Ja, moin! Na? Da bist du ja. Was hast du denn da im Mund, Mensch? Ja. Das ist aber nicht das Hund. Was? Nee, was? Hä? Ja. Was dachtest du denn, Mensch? So, dann würde ich sagen, hier, herzlich willkommen zur heutigen Folge Seven Days to Die. In der Nacht, in der sich alles rot färbt. Das ist eine äußerst diepe Wettervorhersage. Ey, ist doch so. Ja. Dem ist wohl so, ja. Vielleicht werden die noch überrascht und dieses Mal färbt sich nichts rot. Ich glaube schon, weil es selber nacht. Das wäre doch mal eine Abwechslung, oder? Ja. Oh, das Blutmund. Oh, doch nicht. Oh, verarscht. Nee. So, warte mal. Ich glaube, ich habe noch Stuff in meiner Drohne. Wo ist denn meine Drohne? Ah, da oben. Hä? Was? Wo ist meine? Ah, da. Ah, meine ist ein bisschen verwirrt. Okay. Jetzt nehmen wir das noch weg. Und dann geht's ja auch schon fast los. Juhu. Oh, ja. Haben wir noch 9mm-Munition? Ich habe noch gar nicht geschaut. Ja, unten. Ich habe noch gar nicht geschaut, was wir auf Vorräte machen. Wenn nicht, ich habe auch 1400 auf Tash. Oh, ja. Ach so, ich muss Dings noch einsammeln. Das Auto könnte man ja stehen lassen, oder soll man das auch einsammeln? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Sammel es mal ein. Ist ja nichts drin, oder? Kein Bock, dass am Ende ein Geschützturm oder sowas kaputt macht. Ja. Ich stecke mir auch öfters mal ein Auto in die Hosentasche. Oh, ja. Hä? Das kitzelt immer so schön. Voll. Wo ist das? Hab ich noch? Was war denn das? Oh, okay. Ein Splitz. Ja. Tatsächlich. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, ja. Es wird schon schief gehen. Worst case. Ja. Spielen wir halt. Ich kann sterben. Was kannst du? So, Futter trinken, 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 Futter. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Molotow. Okay. Dann schnapp ich mir noch meinen Tacker und baue so lange ein bisschen aus. Aber guck erst mal Pillen, Honig, Nähzeug. Mach das Auto mal in die unbeschriftete Kiste, ja. Okay. Zur Not oben ist eine Kiste für Fahrzeuge. So, dann Zement schmeiß ich mal hier unten rein. Munition. Oh ja, oder? Warst du aber fleißig. Ajo. Benutzt du noch 9mm Patron? Ajo. Hast du dir schon Munition rausgenommen? Wie gesagt, ich habe 1400 auf Tesch. Ah ja, okay. Dann stopfe ich nämlich den Rest in die Geschütztürme, ne? Ja. Okay. Dann mach ich das so. So. Schau ich mal. Die Gewehrmonie kann ich mir rausnehmen? Äh, ja. Ich habe auch ein bisschen was auf Tesch. Und hier oben ist noch ein 50er Stack drin. Äh, 150er. Entschuldigung. Den würde ich mir vielleicht sicherheitshalber mal nehmen. Ja, mach das. Dafür mache ich ja das. Emonie. Mundkiste wahrscheinlich? Ja. Ja. Okay, dann nehme ich mir das und das. Ey, das sollte ja locker reichen, Mensch. Schön, dass du so optimistisch bist. Ab und zu, ja. Ach, ich bin ja ein Held. Ich mache die Tür vorne schon mal zu, ja? Ja. Ja, sorry. Habe ich vergessen. Okay. Jetzt habe ich mir extra so einen schönen Laufweg gemacht, um an die Tür zu kommen. Mhm. Und bin auch immer voll falsch gelaufen. Okay. Ich denke, der Turm wird am meisten benutzt. Und den Rest teilen wir durch vier. Oh, 200 Schuss sind ja trotzdem nicht wenig, ne? Proton. Na gut. Ja, willst du noch? Nee, nee, alles, alles. Wird schon passen. Muss schon wieder meine Drohne. Ah, da. Das wird schon passen. So, da noch 50 rein. Und dann kommen da vorne noch ein bisschen mehr rein. Geht das schon? Denk dran, deine Waffen noch zu reparieren. Ja. Ich habe extra noch ein paar Kids in der Tasche gelassen. Ja. Dann tanke ich jetzt nochmal die Generatoren. Dann mache ich die nämlich schon mal an. Dann checke ich halt überall Strom. Wird es nur noch 1000 Benzin? Warte mal, ich gucke. Warte mal. Es reicht sogar. Was? Es ist alles an jetzt. Oh, der ist ja voll ausgelastet. Oh, ich glaube, da war ich ein bisschen unvorsichtig. Warte, habe ich was falsch verkabelt? Oh, ich habe meine Zange in die Einsteckung. Oh Gott. Gut, dass ich auf sowas erst zu spät komme. Mhm. Wobei ich habe die Verkabelung ja jetzt erst fertig gemacht gehabt, ne? Ja. Aber ich habe hier doch nicht mehr dran hängen als vorher. Außen hat er ein eigenes. Und das hier hängt doch am Licht. Hm. Dann muss ich tatsächlich bei Zeit mal gucken, dass ich da noch einen Generator hinmache für. Also, es laufen jetzt im Inneren leider nicht alle Fallen. Mhm. Hm. Aber so wie es aussieht, sind nur zwei Klingenfallen aus. Okay. Ach so, ich könnte noch schnell. Ich habe aber noch kurz Zeit. Theoretisch. Die Dinger. Die will ich ja eigentlich. Das ist ja die Lichtschaltung. Ne, wir fangen jetzt gar nicht an zu pfrischen. Die sehen jetzt halt aus. So, warum ist das Licht nicht an? Das weiß ich tatsächlich. Ich habe mich eben schon gewundert, warum es so dunkel ist. Das ist gar nicht so gut. Da ist auch kein... kein Strom drauf. Habe ich vielleicht die Zeitschaltung falsch gesetzt? Weiß ich nicht. Okay. Ja, habe ich. Ah ja. Let's go. So. Okay. Ich bin ein wenig aufgeregt tatsächlich. Auch. Furchtbar. Aber hast du mal gesehen, wie sauber ausgeräuchte das jetzt alles ist? Ne. Ich bin gerade am Inventar sortieren. Klassiker. Ah, warte. Ganz wichtig. Ich muss den Schalter hinten noch umlegen. Für die Sirenen, weißt du. Ja. Warte, wo habe ich den hingemacht? Oh Gott, es ist gleich soweit. Ah ja. Ah ne, jetzt dürfte er aus sein. Ja. Okay. Oh mein Gott. Ach, wir haben da gar keine Fallen mehr nachgezogen, ne? Na ja, es wird schon, es wird schon alles werden. Machen wir uns das mal nicht verrückt. Was soll schon passieren? Ja. Oh je, Mineo. Erschrocken? Äh, von was denn? Ach, hast du gar nicht gehört, okay. Naja. So, dann. Taka, ich halte sogar noch ein bisschen. Und warte gespannt auf das Einläuten des Blutmonds. Fühlst du dich denn bereit? Nee, so gar nicht. So überhaupt nicht. Echt nicht? Nee. Okay. Du musst es anders sehen. Im Bestfall reißen sie hier rechts dir eine Plattform ab. Dann müssen wir die nicht selber wieder abbauen. Ja. So, was essen. Käpfche. Ah ja, genau. Oh, aber ganz dringend. Vitamine. Toll, jetzt bin ich doch unvorbereitet. Es geht, glaube ich, los. Ja. Ich ziehe mir noch kurz ein Gumbo-Eintopf rein. Okay. Er wird gescheinen ganz gut ihre Arbeit zu machen. Oh, du hast das regnet Erfahrung. Das sehe ich doch gerne. Du regst die Erfahrung ja auch, gell? Ja. Aber wie viel ist denn ein Counter-Grad? 1500. Ja, okay. Was? Alter, da sind überall grüne Blobs. Grüne Officer-Blobs. Nein, da ist explodiert. Warum rennen die alle nach da hinten? Das weiß ich tatsächlich nicht. Boah, wo kommst du denn her? Hä, von wo kam der? Hier war einer oben drauf. Ey, aber ich ist hochgesprungen. Okay. Oh. Okay, jetzt kommen sie alle nach vorne. Die werden gar nicht gewurzelt. Das stimmt, ja. Oh, lol. Ich habe da so eine kleine Sicherheitslücke entdeckt, die ich bei Zeit unbedingt fixen muss. Okay. Die können nämlich hier über das Geländer hochlaufen. My senses have picked up something. Ähm. Ah ja. Okay. Richtig. Das ist vielleicht nicht ganz durchdacht. Ich will auch die Range von dem Blob, ey. So, ja. Ich habe das Gefühl, die Geschütztürme sind entweder leer. Ah, nee. Ab leer. Nee, nee. Deine schießt nicht. Das ist der Rest wird leer sein. Oh. Ciao, Drohne. Wie viele Blobs sind das auf einmal? Ja, ja. Und die sind halt alle grün, ne? Ja. Die sind hier an der Treppe, gar? Ja. Ja, ich habe auch ein bad feeling about this. Ah, Achtung! Die haben den Block hier weggemacht. Hast du noch einen? Klar. Die machen ja ganz viele Blöcke weg. Oh, oh! Das ist ungünstig. Ja. Er kann, äh. Äh. Er hat einen Turm. Was denn? Was denn? Was denn? Ich bin hier runtergefallen und ich muss haben. Danke. Jo. Oh. Oh. Das war nicht so gut. Ja. Nein. Nein. Das ist ja blöd. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, tatsächlich. Ja, aber es war doch klar, dass sie hier wieder Schwachstelle suchen. Ich meine, ich finde es gut, dass sie die so gezeigt haben. Weil im Prinzip muss er einfach nur die Mauer jetzt noch ein Stück nach oben. jetzt kommen sie langsam auch von vorne. Aber sie sind auch nicht an der Tür. Ja, die sind ja auch im Graben dran. Ich meine, die sind ja nicht blöd. Die müssen ja jetzt gar nicht an die Tür. Die können ja jetzt einfach hier hochlaufen. Ja. 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 Wow. Wow. Okay. 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 Okay, okay. Oh, scheiße. Sorry. Zum Glück regnet es gerade. Psi. Warte, wollen die hin? Die sind wieder hier oben. Die sprayen dauernd auf das Dach, wo die Relais sind. Ja, vielleicht wollen sie ja hier dran halt. Ja, aber ich sehe den noch nicht mal. Oh, da sind jetzt die Vögel. Ich habe auch die Befürchtung, dass die Vögel auch mittlerweile so Schlotze loslassen. Hatte ich aber am letzten Blutmund schon. Ach, was sollt ihr denn da unten? Ja, Mensch, das gibt mir da auch voll im Arbeiten, gell? Oh, schon wieder. Aber ich freue mich schon darauf, die ganzen Schwachstellen auszubessern. Oh, scheiße. Mein Gewehr ist kaputt. Gewehr ist kaputt. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass mir in eine Turm runtergefallen ist. Ja. Vor allem, der hängt einfach in Stachel. Ach du, neben dir? Ab. Du würdest hier übrigens auch wieder hochkommen, gell? Ja, ich weiß. Aber ich finde die Position tatsächlich nicht schlecht. Okay. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das ist ja interesting. Ich habe meine Drohne gesagt. Jo, ich wurde angeschlotzt. Ich glaube, die sind hinterm Haus. Ja, da sind ganz viele im Kram tatsächlich. Was heißt hinterm Haus? Ajo. Alter, hier hinterm Haus ist voll die Party. Schaffst du es, oder? Ja. Hey, bleibt doch jetzt liegen. Kleinen Hund. Oh, da ist ein Bomber. Was ist ein Bomber? Komm mal. Hier an der Seite. Also nicht hinten, sondern an der Seite. Oh, oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war ja fast nur der Graben. Ja. Oh, da ist noch einer. Oh. Ah ja. Ich glaube, den habe ich ganz gut. Kleinen. Ja. Ja. Oh, hier kommen ja nur Grüne, Junge. Ja. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein Bomber. Oh, 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 oh. Oh, der ist in Graben gefallen. Ich sehe leider nicht, ob er tot ist. Ne, er läuft noch. Er läuft noch. Er läuft noch. Er läuft Richtung vor. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich auch nicht. Guck mal im Graben Richtung nach vorne am Haus. Ah, ne, er ist hier. Er ist hier. Er ist direkt fast unter mir. Ah, okay. Fuck, wenn der da jetzt rein bricht, gell? Da an der Stelle. Das wäre sehr ungünstig, tatsächlich. Ich glaube, er ist tot. Oh mein Gott, ich glaube, er ist tot. Ups. Aber er ist tot, wir hatten schon lange keinen mehr. Ja, aber gleich drei Stück. Aber der hat einen roten Ruckfall fallen lassen. Oh, hier ist noch einer. Oh, ne. Oh, ich glaube, den hast du... Ne. Doch, ich glaube, den habe ich enthauptet. He, he. Drecksal. Da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, nein. Nein, hör doch auf. Der war zu schnell. Hat ihn, glaube ich, noch ins Bein geschossen. Macht's ein bisschen Sorgen, dass die hier gleich im Haus sind, Baby. Ja. Ah, da ist er. Der ist tot. Ja, gut. Und wie geht die Munition aus? Aber wir haben doch noch eine halbe Stunde. Gott sei Dank. Denk mal an deine Vitamine und so. Ah ja, danke. Was muss ich trinken? Ich trinke mal schnell noch einen Kaffee. Habe ich noch so einen? Guck. Einnehmer noch. Ja, das habe ich auch froh, ne. Das habe ich auch. Musst unbedingt gleich nach meiner Drohne mal gucken, wo die ist. Ich darf erst noch meine Türme dann einsammeln. Aber das ist heftig. Da denkst du, du hast hier jetzt eine schicke Verteidigung. Dann ist es die größte Sicherheitslücke, ne? Ja. Weil ich glaube, die Tür, da haben sie nicht einmal gekratzt. Naja. Ich glaube, tatsächlich, mein Turm ist kaputt. Ah, guck mal. Ich glaube, die Nacht ist vorbei. Level up. Schluss mit der Zauberei. Jetzt mache ich das Ausziehen vorbei. Frei. Frei. Stimmt doch. Geht doch. Ah ja, da ist noch einer. Das war knapp. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn man das so nennen kann. Wir wissen, was in den roten Rucksacken ist. Uh. Nice. Ui, ui, ui. Und? Ja, ganz gute Sachen. Okay. Zum Beispiel? Aber ich bin voll. Das ging ganz schnell. Ich habe halt keine Drohne dabei. Hehe. Ups. Ei, ei, ei. Was sieht jetzt hier aus, ey? Also. Naja. Sieht man irgendwo, wo die Drohnen? Ah ja, also ich sehe, ich habe sie oben auf der Leiste. Ah, da ist mein Turm. Er lebt noch. Yes. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ah, hier vorne waren sie halt gefühlt 0,0. Also so. Also da hinten ist ja mal was ganz Neues, ne? Äh, kannst du vielleicht gerade die Fallen ausmachen? Äh, ja, sofort. Ach so, warte. Ich komme ja auch jetzt andersrum rein. So wie die Zombies. Ja. Das müssen wir noch fixen. Aber hey, ich meine, wir sind nicht gestorben. Kannst du die Fallen da gerade ausmachen, wenn ihr da oben bist? Äh, die mache ich da einfach an einem Schalter, gell? Nee, du musst die Generatoren ausmachen. Die im Keller unten. Genau. Ich wollte gerade gucken, wo meine Drohne ist. Ah, da liegt sie. Oh. Hä? Ah, okay. Okay. Alles gut. Okay. Ich habe hier ein Reparatur-Kit eingeflößt. Durch die Nase? Nee, es war ein Zäpfchen. Jo. So. Ist alles aus. Sehr gut. Aus die Maus. Eieiei. Hast du alles eingesammelt gekriegt? Äh, ich bin noch dabei. Sind ja doch ein paar Täschchen, die sie hier fein gelassen haben. Ja. Aber ich sage dir, wenn man das noch ein bisschen weiter ausbaut, hier mit den Geschütztürmen und so, ich glaube, das wäre richtig gut. Das ist dann auf der anderen Seite auch noch. Die Mama muss nur einen Block höher. Und der Graben noch ein Stück tiefer. Und dann läuft das. Feuerung. Ach so, ja, schick. Klasse. Mega. Ach, deswegen sind die da vorgerannt. Weil sie ja auf den leeren Block springen wollten. Okay. Aber smart, dass sie einfach die Leiter hoch sind. Ja. Okay, das Loch ist nicht ganz so schlimm, wo er sich gesprengt hat. Ach so, ich habe noch gar nicht geguckt. Hält sich in Grenzen, ja? Ja, auf jeden. Hat es Hausmann da nicht? Eigentlich hat er nur Erde. Nee, nicht wirklich. Naja, besser hätte es doch gar nicht gehen können. Also ich bin dafür, dass es so viele waren. Ja, vor allem so viele. Fünf Stück oder was? Ja, vor allem mit den Officern, Blob dazu. Ja, die waren halt heftig. Wie viele waren es bitte? 20? Keine Ahnung. Mehr als normale Zombies, hätte ich fast gesagt. Ja. Gut, dass ich beim Händler noch ein paar Monotops geholt hatte. Ja. Gut, der eine war ein bisschen unglücklich, aber... Hätte es nicht geregnet, hätte es mich echt böse erwischt. Ja, mich doch auch. Eigentlich hat uns der eine sogar geholfen mit der Sprengung, weil wir das ja eh buddeln müssen. Ja. Also danke dafür. Nee, cool. Cool, cool, cool. Ich finde, es geht sogar mit dem Schaden. Also, ja, der Elektrix hat es halt ein bisschen gelitten, ja. Aber so blockmäßig... Krass finde ich, wie viel Schaden die mit ihrer Säure gemacht haben. Ja. Und vor allem diese Vögel, Anna. Die haben ja fast meine Relais kaputt gemacht. Ja. Ist nicht ohne. Da muss ich wahrscheinlich doch noch einen Block drauf machen. Oh. Was ist das? Hier so eine Art Dach über Dach. Also ein überdachtes Dach. Dann dürfte es eigentlich nicht mehr passieren. Ja, cool. Ja, war doch fast gut. Zwei Level habe ich gemacht, du. Oha, Alter. Krass. Nicht schlecht. Heftig, oder? Warum habe ich drei Punkte? Heftig. Keine Ahnung, vielleicht hast du ein Level mehr gemacht. Ne, ich hatte einen Punkt hatte ich noch übrig. Ich würde aber sagen, wir machen heute erst mal Feierabend, du. Ich muss mich erst mal von dem Schock erholen. Jo. Ne, wie gesagt, ich finde, es lief gar nicht schlecht. Hätte schlechter laufen können. Deutlich schlechter. Ja, und ich finde, es ist gut zu wissen, dass sie das so ausnutzen. Weil jetzt weiß ich ja, was ich ändern muss. Ja. Aber ich würde sagen, nächste Folge machen wir dann vielleicht erst mal die Quest. Ja. No? Ja, ja, ja. Wichtig, nur richtig. Ich denke auch. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, da, hier, das habe ich übrigens gemeint mit Dach über Dach. Ja. Sieht wohl spacig aus, oder? Ja. Okay. Äh, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wa? Ja, bis zum nächsten Mal, wa? Du hast meine Drohne da gerade eingesperrt. Nein, ausgesperrt. Oder? Das ist meine, gell? Ja, meine hängt vor der Tür. Da ist sie. Die ist gerade durchgeglitscht, okay? Ja. Okay, super. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.